Wow, you guys. Es hat funktioniert. Hier ist Scooby, you guys. Hörst du ihn? Ich hör ihn. Weil ich, ich, ich muss... Ähm... War easy. Das machen wir. Yeah, Steven. Yeah! Weil das Speech-Warum war. Ach. Da-das war ein anderer Versuch von uns. Oh, da war immer nicht bewegend. Oh, an energiad. Gibt's voll useful, das jetzt zu drehen. Puh, du hast so'n Gürtel, der hängt so halberunder und warte. Du bist irgendwie angestellt oder so gewesen, Jegna. Er, geh weg, geh weg von mir. Nee, äh, äh, tut mir leid. VPN Mitt Welt. Vat動画. Vat. Oh, ne Karre. Oh. Wir nehmen den Tank hier mit, ne? Oh, ne. Oh, ne. Oh. Oh. Oh, ne. Okay. Ich. Du, die Karre schon mal defekt. Naja, ne. Scooby lässt sein Ding nischt alleine. Wer weiß, wie wertvoll das ist. Ja. Oh, da ist ne Tasche. Habt ihr hier nen Tank gehabt, ihr hättet euch bekommen. Boah, die ist schon ausgerauft. Schau mal. Nein, 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 nein. Also geraubt hab ich hier nicht. Guck mal. Lifeguard, Surfboard Rente, wir müssen hier hoch. Seht ihr das richtig? Oh, dann können wir die Bar besuchen. Oder ich könnte auf den Drink. Du, ich weiß nicht, ob die nicht schon so haben. Hm. Naja, irgendwer wird da schon auch rumlaufen. Oh. Wo ist denn hier? Ein Boomstick. Der. Der. Hab ich mehrere Waffen? Mit Mausrad gedrückt halten, kann man zutun. Weil man kann Waffenslots freischalten, ob es wie. Ich hab mir gedacht, bei der Skillung, ich fühl ein bisschen mehr auf Combat und nicht auf Survival. Das. Weil du ja auch so Nahkampfexpert und bist toll. Aber ich glaub, ich glaub das ist gut. Vielleicht hier jetzt auch? Naja, kann ich nicht öffnen. Ich hab nen Tank im Arm, Korre. Ich hab nen Tank im Arm, Korre. Ich sah mir hier aus den Mülleimern. Futter. Futter für uns irgendwie. Schöner aussieht eigentlich. Ja, das war. Sogar der Himmel ist in diesem Spiel ruhig raus. Boah, was für coole Lampen die haben. Ja. Cool, dass die an sind. Aber auch nur zwei. Oh, komm wieder. Ähm, ähm, ähm. Ah! Uff, der ist hingefallen. Oh mein Gott. Ähm. Scooby, den mach ich weg. Ist weg? Es ist, es ist, es ist die Wahrheit. Das ist... Ist das der Wahrheit? Der hat dir Geld, der hat dir Geld. Dem hast du dich die Beine zerschmittert, Scooby. Wo hast du mir die Treiber runtergeflogen? Ist der da... Aber es riecht... Ich behal das Ding ja lieber. Oh, guck mal. Hier ist ein ganz gruseliger Gang mit ner Blutschuhe. Oh, der Mann ist tot. Excuse, wir müssen uns trennen. Warum ist der Mann... Naja. Oh, excuse me. Oh. Bleiben sie bitte liegen. Oh, der ist voll die Teller reingehauen. Sowieso was macht man nicht. Schweig. Wo ist die Polizei? Jetzt geh ich ein paar an der Klingenwaffe. Oh, hier liegt was. Energy. Energy. Namm, 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 namm. Oh, mir leid. Ach, scheiße, Scooby. Wir haben ein Nest. Nest. Ich hab ein Telefon gefunden. Scooby, hilf mir. Ähm. Nimm das. Äh. Och. Wir dürfen nicht immer alle Waffen wegwerfen. Oh. 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 König, was hast du mit dem? Kein Problem. Ich hab ein Rohr abmontiert. Puh, ey. Oh, war ne Gasrede. Okay, die Nummer 7 ist ja einmal geschlossen. Ich brauch hier irgendeine Klingwaffe, weil ich das noch nie erwähnt habe. Hm, doch. Hast du, denke ich. Äh, zur Geltung gemacht. Zu Genüge getan, Kollege. Zu Genüge. König, den schnapp ich mir da hin. Ah. 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 Oh, hi. Oh, mein Gott. Und ich dachte, sie sind tot. Haha. Oh. Oh. Ich hab... Nein. Der hat einen Molotow-Cock, den sie im Kopf gehabt. Und ein Messer. Nice. Das Messer ist irgendwie weg. Ähm. Excuse. Ah. Hey. Oh, die Müll haben aber auch ein Alkoholflaschen. Wir müssen sowas weg. Ich hab'n Schlag drin. Ich spür' euch Schilder. Ah. 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 Ähm. Wo ist das Messer? Ist du mir das weg? Ja, genau. Nee. Doch. Nee, 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 nee. Oder? Nee. Wo ist die Polizei? Nee, ich hab's nicht. Ich hab' super viele Paddel angeblich im Inwender. So, geben Sie mir das Messer wieder. Die Blumen sind hübsch. Wie hübsch. Ich hab' scheinbar ein Telefon aufgesammelt, aber ich kann's nicht nutzen. Du solltest es nicht als Waffe benutzen. Vielleicht können wir damit noch irgendwann telefonieren. Ah. Wir haben ja okay. Huh. Oh Gott. Oh shit. Hm? Wo ist die Polizei? Polizia. Man, es ist vorbei. Sie haben verloren. Nein. Danke für die 5 Dollar. Ist die alles so ein Bikinian? Polizia. Oder ich, 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 ich. Nein, 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 nein. Meinst du, man kann da an Koffeinschock sterben, hier in diesem Spiel? Oh. Hier ist nichts. Gehen Sie weiter. Oh, hier ist deine Bar. Bist ein Walker? Level 2. In the hell, du guys. Mein... Warte, immer die Tür auf. Meine Waffe ist nicht verbogen. Ich mein, wie kann man nur ein Roll kaputt machen? Requires Lockpick Skill Level 1. Dann steige ich hier ein Level auf. Selbst dann habe ich noch nicht Pick Locker. Super. Das ist, denke ich, ein Item. Oh, was ist denn das? Eine Dose. Nice. Ja, nice. Nein, mit Futter? Sonst finde ich ja immer nur Hennig. What the fuck? Oh, cool. Mir geht es nicht so gut. Kannst du mir helfen? Scooby, steh auf. Scooby ist nicht mehr unter uns. Wir sind alleine. Wo bin ich denn hier gesandet? Am Friedhof wahrscheinlich gespawnt. Oh Gott. Scooby, komm in deine Richtung. Komm bitte in meine Richtung. Boah, der hat mich von hinten angerufen. Wo kommt er? Ich, ich, ich habe hier nichts gemacht. Holy shit, was machst du hier? Was ist das? Meine, meine Eingangenträger. Scooby, what the... What the fuck? Bist du für ein Schwein? Cool, cool. Hinter dieser Tür ist hier was? Ich habe Alkohol, aber mehr brauche ich hier nicht. Oh, cool, was? Oh, ich habe das Ding anladen. Töne mich mit. Ich bin ja nicht blöd. Was ist der? Wo gehört der Typ? Zahnräder gefunden. Das wollte ich nicht. Wer hat ein Zahnräder in seiner Schublade? Ich, ich habe noch mehr kaputt gemacht. Oh. So eine Hütte ist ein ziemlich gutes. Anything will help. Oder was ist hier passiert? Unpredictable, aber der ist ein Zahnwitz. Der mit meinen Fäusten weg. Entschuldigung. Ah! Woher kommt sie rein? Scooby, ich habe ein Problem. Ich habe keine Waffe. Ich habe Schlag. Wer ist rein? Oh. Wegen, wir haben Zombie-Ausgleich. Gib mir eine Sekunde. Ich, ich brenne. Ah. Ah. Er ist im Stich. Wie kommt man, weißt du die Scheiße? Leute, na, guck mal. In dem Raum geht die Flammen über, über die Wand. Ich denke, wir haben ein Problem, weil es nur ein Ausgang gibt. Und den haben wir gerade abgefagelt. Du, da meinst du, wir können ja das Bann mitnehmen? Du, der hat kein Kopf mehr. Ich weiß von nichts. Mal lieber wieder Musik hören. Meinst du, das lockt Somnis an? Ich denke schon. Das könne sein. Du stirbst nochmal von dem Zeug. Also ich bin bislang nicht... Warte, ich habe eigentlich eine Waffe für dich. Kann ich traden? Kann ich traden? Zum Beispiel mein Messer? Ne, ich habe so ein Schlachter-Messer. Oh, ich habe eine ID-Card. Waiting to accept trade. Koro, du musst es aktivieren. Ich accept. Wo ist denn das denn? Da ist es doch. Ach, das ist meins? Tiring Diving now? Wie kann ich denn das equipen? Weiß ich nicht. Was müssten wir geben? Warte, wenn ich ein Messer habe, dann brauche ich ja nichts. Hm, okay. Equip. Ah, so machen wir das. Nice, ich habe Messer. Superfest! So, man hat immer welche in der Schnellauswahl. Oh, man wie so ein Schlachter-Messer und du sowas Stylisches. Haha. Du bist ja eher der Hau-drauf-Typ. Eigentlich bin ich ein Wurfungs-Pferdiker. Das ist ein großer Unterschied. Du bist ja der Hau-drauf-Typ. Haha, in your face. Haha, in your face. Na, wenn ich dir die Rippen einzelner schneiden muss. Damit den Ball kaputt kriege? Boah, ich könnte jetzt auf ein Energy-Thing. Boah. Du, das Kinderbecken. Ich musste nur kurz Pipi machen. Sowas macht man doch nicht. Ach, das sagen so alle. Dann haben sie es doch gemacht. Boah, man sagt das doch nicht. Oh. Aha. Ja, jeder. Ja, natürlich. Was haben wir hier? Ein Cobra? Press E, um zu kicken. Nein, oder? Haha, Fußball. Ja, wir spielen eine Runde. Ach. Na ja, gut, er ist nicht so der Beispiel. Gibt's ne Map? Es gibt ne Map. Oh, wir sind falsch. Aber gar nicht so schlimm. Wir sind falsch, nicht. Hm. Nice, guck mal. Was für ein schöner Weg. Oh mein Gott. Ach. Ach. Ach, das ist das Babybänken. Doch wo sind die Babys? Der lebt. Oh mein Gott. Meine Frau. Warten Sie. Geben Sie mir das Messer. Dankeschön. Fuck. Mein eigener fucking Bruder. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? Mach ich nicht. Ich guck weg. What the fuck do you want from me? Ich hatte keine Wahl. Ähm. Wir sind gar nicht die Polizier, you guys. Na? Oder? Hm. Temmann ist schon... Ich habe es gesehen, du hast es gesehen, wir haben es nicht gesehen. So. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Guck mal. Ja. Der Mann liegt da schon ein Weilchen? Oh Gott, wir gehen rein. Oh. Oh, ein Testbild. Oh, habe ich lange nicht mal gesehen. Oh, jetzt gibt es ja auch immer seltener Zombie Outbreaks. Haha. Recording. Oh, eine Minute. Huh. Oh. 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 Ich muss erst mal ein Bad nehmen, ja. Mein Messer ist kaputt. Maybe there's something inside. Ich wollte dich als Ragnar nicht mehr. Nein, lass mich ruhen. Na, was blöd. Ich kann die Scheiße einfach nicht mehr. Über als Zombies und Tod und Stuff. Du, ich mache Radio an, ne? Lifeguard Security Keycard. Oh, nice. Die, die wollten wir haben. Nice. Komm. Oh Gott, ich, ich kann nicht mehr. Wir müssen zurückkehren zum Quest. Komm, Lisa wächst hübsch. Da war auch noch nicht. Mhm. Hm. Diese Blumen sind, sind auch hübsch. Oh Scheiße. Bleib da rein, weil die. Oh. Das können ja nicht so viele sein auf dieser Seite. Ich mein, hallo, wie viel können das sein? 100.000? Nicht mal. Energy Drink, nur so eine spillige Scheiße. Also, dieser Pool hat sich ziemlich gut gehalten, ne? Den können wir vielleicht wieder flott machen. Das stimmt eigentlich. Ich finde es gut, dass du schon mal versucht, mich abzunehmen. Kann man die Waffe rein? Oh Gott. Wenn du ins Wasser guckst, dann ist alles so weird. Oh. Also, wenn du dich so hinhockst und ins Wasser guckst. Oh, das ist cool. Guck mal. Oh, da ist alles so verschwommen. Oh, wie cool. Oh. Oh. So, so sehe ich auch wunderbar aus. Wie dieses Wassergeräusch ist. So ist es schon. Oh, da muss ich wieder übergehen. Hat man nicht zwei Quests? Was war denn das zwei Quests? Ich weiß nicht. Oh. Oh. Wie ist der Mann nicht schon längst gestorben? Sei mir einfach mal lieb. Wie ein Maggie? Hatten wir den nicht schon mal? Ne, weiß nicht. Das ist ein ziemlich starkes Messer. Oh. 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 Kein Problem. Kein Problem. Hübsch ist hier, wir brauchen irgendwie was größeres. Habe ich... Ich hab da was im Sinn. irgendwas was zauern hat oder was richtigenteils rauszufahren. Hmm. Wo krieg ich das denn hier? Youchen Mooney! You.. Alright! Ohaah. возможно. Ich hab die Nelten-Mann gefunden. Ja, warum dreht er sich um, wenn er mit uns redet? Weiß nicht, vielleicht montiert er langsam. Ja, wir wurden ja gebissen, ne? Tätig cool, Mann. Dass wir das zugelassen haben, ne? Ich check nicht, was das nochmal mit diesem Quest auf sich hat. Ah, Mann, Maggie war richtig. Maggie, Maggie finden wir nicht, und jetzt ist sie tot. Meinst du, Maggie hab ich? Oh, meinst du, Maggie war auf diesem Bett? Oh, da hat er aber eine Session gerissen ohne ihn. Okay, dann mal los. Sich nicht vom Waypoint ablegen, den hab ich gesetzt. Oh, die Pflanzen sind hübsch. Alles voll cool eigentlich, ja? Ja. Man muss auch die schönen Dinge des Lebens sagen. Oh, guck, ist der Mann in seinem Leben abgeschlossen? Ich red mal mit ihm. Ach, Senior, bleiben Sie doch bitte einfach liegen. Der ist ja eigentlich nur heiler, Alter. Jetzt nehmen. Vielleicht ein bisschen Sonnenbrand, aber sonst. Wie du und ich. Paddel sollte man immer mitnehmen, wenn man es findet, ne? Ich sag, die Rohre werden nochmal wertvoll sein. Weil die sind aus Kupfer bestimmt. Ich sag, wenn hier die Wirtschaftskrise erstmal ankommt. Oh Gott, der Mann will da rein, oder? Hallo. Sieh, irgendwie sind wir wohl dran vorbei, oder? Ne, man muss ja unten lang. Oder der Mann ist wütend. Hallo, vielleicht ist ja Maggie drin. Hallo. Sieh, ich hab' einen dummen Charakter. Sieh, ich hab' einen dummen Charakter. Sieh, kein Messer für dich. Oh, noch ein Rohr. Ich werde zu reich werden. Hi. Wie fällt es, deine Frau? Und er wollte sie bespicken? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah! Nein, er hat mit denen geklappt. Hier ist einfach nur eine leere Kabine mit Blut. Sie hat einen Hammer in ihrem Begini. Very nice. Okay, Scooby. Es kann ja nicht mehr bald sein. Ich hab' hier so'n, so'n einhändiges Stöckchen. Schon gut werfen. Oh, Pev da ist. Oh, Pev da ist. Oh, oh. Sie kommen von allen Seiten. Der ist von der Presse? Oh, oh Gott, das... Oh, verdammt. Sieh, keine Arme, die kann ja nichts mehr machen. Guck mal wieder. Und die wollen die Karikabut machen. Irgendwas mit Harry's hier los. Oh, nein, Polizia! Die Demonstration ist damit aufgelöst. Sehen sie sich als geschlagen worden. Ah! Oh, 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 oh! Ah, sie fressen mich! Oh Gott, ich hab' eben so bullet-time-mäßig was gekuttet. Ich will mir das so angucken. Oh, Harry's! Oh, fuck! Fuck! Jesus Christ! Wie ist er auch gegen diese zwei Dinger hier gegen gefahren? Oh, Jesus Christ! Oh, Jesus Christ! Ich bin auf der Wetter-Sport-Rental-Kiosk. Vielleicht findest du etwas, das in Hande kommt. Okay, fahr los! Boah, wir haben da vier Erfahrungen für. Fünfhundert. Viel wollte ich sein, nicht vier. Wo müssen wir hin? Ne, weiß nicht. Können wir gehen weiter. Boah, ein Surfladen-Koser. Let's open the sub. Der ist, der ist nicht open? Ja. Oh, ne Wasserflasche. Wasser ist immer wichtig. Ich nehm' Nägel mit. Ich nehm' die Kasse mit. Oh, ne Computer. Ich hab' Magnet im Computer gefunden. Wahrscheinlich ist er auf Festplatte. Ich mein' ... Oh, ich hab' ja Fakten gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier wohl ein? Glue. Ah, ich mein' überredet. Glue ist Kleber, oder nicht? Jupp. Ich hab' Seife gefunden. Nice. Wollen wir tauschen? Oh, ich hab' ein Repair-Dings gefunden. Was? Oh, Kabel. Können wir werden die wichsten Dinger bauen. So. Hm. Wir waren einfach gut. Hier ist ne Werkbank. Ich weiß, Scooby. Okay. Was kostet denn das hier aber gern? 74. Ne, mein' nicht. Mein' nicht. Ähm. Ich möchte das aber upgraden. 18 Dollar, ja. Upgraden.